Herzlich willkommen in unserem technischen Anwendungszentrum für Elektromobilität in Mindelheim. Zusammen mit Ihnen entwickeln wir hier die Antriebe der Zukunft. Zu einer ganzheitlichen Beratung gehört für grob ein Simultaneous Engineering. Begonnen wird mit der Modellierung in einem CAD-System, wobei wir mit Ihnen die kritischen Merkmale definieren und das Produktdesign für eine Serienfertigung unter Beachtung der Anforderung der Einzelprozesse optimieren. Mit unseren vollautomatisierbaren Anlagen erhalten Sie neben Prozesssicherheit auch maximale Flexibilität. Voll integriert in unseren Anlagen ist neben dem Biegeprozess auch der Abisolierprozess. Durch die Parametrisierung an der Anlage können alle PIN-Varianten individuell angepasst und produziert werden. Im Anschluss werden die PINs der Anlage entnommen und im Statorblechpaket vorgesteckt. Nun ist Ihr Stator soweit, um geweitet und geschränkt zu werden. Nach dem Fügen wird Ihr Stator geweitet. Die Parameter werden entsprechend der Folgeprozesse und ihren Bauraumanforderungen festgelegt. Im Weitprozess sind wir unabhängig von der Nutanzahl und den Leitern pro Nut. Abhängig von der Leiteranzahl, aber unabhängig von den PIN-Positionen je Layer wird Ihr Stator nun geschränkt. Eine Parameteranpassung ist nach jedem Stator möglich. Durch das Schweißen der Hairpins werden einzelne Komponenten zu einer Spule zusammengeschaltet. Diese werden benötigt, um im späteren Stator die Wechselfelder zu erzeugen. Im Bereich Lasermaterialbearbeitung und Fügetechnik entwickeln wir neue Prozesse, um unsere technologische Vorreiterrolle im Markt weiter auszubauen. Dabei können wir wiederum auf neueste Technologien unserer Partner zurückgreifen, die hier teilweise weltweit einzigartige Prototypen für die Entwicklung bereitstellen. Neben dieser Vorausentwicklung werden beispielsweise projektbezogene Schweißparameter entwickelt und über die Prototypenfertigung verifiziert, um sie später in der Serie einzusetzen. Durch die enge Verzahnung mit unserer Qualitätssicherung bekommen wir direkt die Ergebnisse bereitgestellt und können durch den Einsatz der Computertomographie den Entwicklungsprozess massiv beschleunigen. Neben dem CT prüfen wir natürlich auch elektrisch, damit die Statoren den hohen Grobqualitätsansprüchen gerecht werden. Alle Teilkomponenten und am Ende der gefertigte Prototyp werden auf unseren Prüfständen geprüft. Durch die Modularität kann die Prüfstandsanwendung genau auf ihre Wünsche angepasst werden. Bei uns werden die Statoren natürlich auch geometrisch und optisch vermessen. Die Ergebnisse können durch 3D-Vergleiche auch in unser Simultaneous Engineering für die fortlaufende Optimierung des Produktes einfließen. So realisieren wir eine fundierte Reife zum Serienbeginn in Ihrem Haus. Wir imprägnieren unsere Statoren, um sie elektrisch zu isolieren, den Korrosionsschutz zu verbessern und zudem eine gute Wärmeableitung im Aggregat zu generieren. Im Bereich Imprägnieren entwickeln wir Prozessparameter spezifisch für jedes Kundenaggregat. Wir achten besonders in der Musterfertigung darauf, dass die Parameter direkt auf die Serienanlage übertragen und somit in Betriebnahmezeiten verkürzt werden können. Durch eine softwarebasierte Füllgradanalyse ermitteln wir die Füllung in der Nut und passen die Prozessparameter iterativ an. Begonnen mit Ihrem Wunschdesign, entwickeln und produzieren wir mit Ihnen vom A-Muster bis zum Serienprodukt. Der nächste könnte Ihre sein.